Hallo mein lieber Skorpion und auch Hallo an alle anderen die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Skorpion. Lieber Skorpion, heute schauen wir uns die Karten an für den Rest des Monats August, also eine Mitte August Legung machen wir heute. Wir schauen uns ein Hauptthema an, was auf dich zukommen könnte. Der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten und ist dir eben nicht so bewusst, dann solltest du vielleicht genauer hinschauen. Lieber Skorpion, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heisst, es kann nicht für alle passen. Nimm bitte nur das, was zu dir gehört, also biege nichts zurecht, hör auf deine innere Stimme und dann entscheidest du, was du hören musst und was eben nicht. Alle Informationen bezüglich persönlichen Erlegungen findest du wie immer unten in der Infobox. Dort findest du auch die Verlinkung zu meinem zweiten YouTube-Kanal Vika Stern Spirit Talks, mein Podcast über Spiritualität. Dort werde ich auch immer so eins bis zweimal im Monat ein Ritualvideo hochladen. Ich habe erst gerade vor kurzem ein Video hochgeladen zum Thema Blockaden lösen und jetzt auch ein Gesundheitsvideo aus spiritueller Sicht und zwar Blockaden im Körper, die oft vergessen gehen zu lösen. Also man beschäftigt sich oft mit dem Kopf, also mit dem Geist, aber die energetischen Blockaden vergisst man dabei. Darfst du gerne mal reinhören, wenn es dich interessiert und mir auch da folgen, würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Skorpion, dann fangen wir an. Was musst du wissen? Dein August, Mitte August, Skorpion. Skorpion, bitte, Skorpion. Und da kommt sie schon. Heiler des Handelns. Ja, das ist eine süße Karte. Heiler des Handelns. Dies ist eine Zeit, wo du alles tun kannst, was du dir vornimmst, wenn dein Herz offen ist. Du wirst aufgefordert, viele Dinge auf einmal zu tun, was dir nichts ausmacht, solange du weisst, dass du zum Wohl deiner Umwelt beiträgst. Diese Karte weist auf einen Menschen hin, der liebevoll, intelligent, leidenschaftlich und humorvoll ist, was auch durchaus auf dich selbst zu treffen könnte. Dieser Mensch hat die Fähigkeit, schwierige Situationen mit Anmut zu meistern. Es kann sein, dass viele Dinge auf dich noch zukommen werden, die du vielleicht angehen musst. Ganz wichtig ist dabei, dass du auch das Ziel dahinter kennst, weil sonst nämlich Unmut war, Frustration, also vor allem bei der Arbeit, wenn du irgendetwas tunst und du siehst null den Sinn dahinter. Dann Achtung, weil du musst wirklich wissen, warum du das tust. Das ist ganz, ganz wichtig für deine persönliche Energie, dass dir bewusst ist, ja, warum? Ich habe auch das Gefühl, dass du keine Nerven hast für unnötige Dinge im August. Du möchtest wirklich so ein bisschen Nägel mit Köpfen machen und möchtest, dass es wirklich Sinn ergibt. Ich habe auch das Gefühl, du bist auch bereit, auf die gewissen Dinge zu verzichten, wenn du eben siehst, warum. Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema im August? Skorpion. Vier der Münzen. Vielleicht bist du etwas sparsam unterwegs jetzt gegen Ende August, merkst du, dass du hast ein Ziel. Vielleicht möchtest du etwas erwerben oder du sparst für irgendetwas hin. Ich sehe hier so ein bisschen das Festhalten. Ich sehe hier aber auch, vielleicht hast du dir etwas vorgenommen und du hältst daran fest. Das haben wir hier unter dem Deck, Zehn der Schwerter, Thema Abschluss. Vielleicht hast du auch vor, zu kündigen, dir vielleicht auch eine Auszeit zu gönnen oder einfach unbezahlten Urlaub vielleicht zu nehmen. Du brauchst dafür Geld oder für eine Reise. Ich sehe aber auch, dass du an etwas festhältst, wo du ein bisschen Acht geben musst, dass es nicht in Kreise drehen ausartet, so muss ich sagen. Überlege ganz gut, an was du festhältst. Was hältst du fest? Oder drehst du schon Kreise? Einfach ein bisschen die Reflexion zu gehen, ja. Der Turm, Thema Stabilität. Vielleicht hast du auch in der Vergangenheit mal einen Moment erlebt, wo du plötzlich etwas Unerwartetes erlebt hast, auch im finanziellen Bereich oder natürlich auch in der Partnerschaft. Und das hat dich extrem, ja, extrem erschüttert. Und darum hältst du so fest am Thema Stabilität vielleicht fest. Hier ist Stabilität und Sicherheit extrem wichtig. Kann auch sein, dass du eine neue Liebe anstrebst oder wenn du eine neue Idee, eine neue Anstellung anstrebst, dass wirklich das Fundament muss stehen. Kann auch sein, dass eine Person, das ist jetzt nicht für alle natürlich. Nimm nur das, was zu dir gehört. Ich sehe auch, dass hier etwas Unerwartetes kommt und etwas, was sich wiederholt, was du auflösen solltest. Dieses Wiederholen. Irgendetwas möchte ich, habe ich das Gefühl, bei einigen wiederholt sich was. Obwohl ihr es nicht möchtet. Da etwas Acht geben einfach. Mehr ins Bewusstsein zu kommen, dann kannst du diese Wiederholung auflösen. Oder die Karten, das ist nicht in Stein gemeißelt. Darum sind Tarotkarten auch so toll. Sie sensibilisieren dich, bringen dich mehr ins Bewusstsein, damit du eben deine Geschichte ändern kannst. Was kommt auf dich zu, Skorpion? Ja, irgendetwas Unerwartetes. Kann auch sein, dass jemand unerwartet die Trennung möchte. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, du weisst das schon. Du spürst das. Du musst jetzt keine Angst haben oder so. Überhaupt nicht. Nimm nur das, was zu dir gehört. Zehn das Schwert schon wieder. Hier ist irgendein Ende. Vielleicht schneller, als du denkst. Oder so ein Erwachen. Ich sehe hier eine Enttäuschung. Dreiter Schwerter. Etwas liegt auf deinem Herzen. Das kann auch eine Sehnsucht sein. Etwas hat dich enttäuscht. Liebeskummer. Schauen wir mal. Dreiter Schwerter. Warum? Ja, du hast irgendeine Nachricht bekommen. Vielleicht von einem Luftzeichen oder eine Entscheidung. Vor allem, wenn du es mit jemandem zu tun hast und diese Person ist vielleicht schon verheiratet, kann sein, dass diese Person dir mitteilen wird, dass sie sich für die andere Person entscheidet. Einfach, dass du das weisst. Das nehme ich für einige wahr. Nicht für alle natürlich. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, lieber Skorpion, obwohl hier vielleicht du etwas traurig sein kannst oder das Unerwartete kommt. Es fühlt sich gleichzeitig nach einer grossen Chance an. Wie nach einer, kann ich Erlösung sagen? Befreiung. Es fühlt sich nach Befreiung an. Hier, Justice, eben Thema Scheidung, Thema Trennung. Vielleicht auch bei der Arbeit. Oder du wirst mit einer Entscheidung konfrontiert. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst auf diese Nachricht reagieren. Weil du weisst, so wie die Nachricht jetzt kommt, ist es ein Ungleichgewicht. Kann auch sein, dass diese Person bei der anderen Person bleiben möchte, aber weiterhin halt auch noch etwas von deinem Kuchen haben möchte. Das weisst du, wie ich meine. Ein bisschen zweigleisig. Auch bei der Arbeit. Irgendwo wirst du gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und das könnte dir etwas Kummer bereiten, weil du Angst hast, vielleicht die falsche Entscheidung zu treffen. Ja. Vielleicht auch finanzielle Entscheidung. Und Thema, ja, ui. Erdenergie und Luftenergie. Also Waage haben wir hier. Irgendeine Entscheidung fällt dir schwer. Beruflich gesehen sehe ich hier die Entscheidung zwischen Geld oder Passion. Vielleicht ist eben deine Passion etwas, wo du nicht so einfach schnell Geld verdienen kannst. Und das, was du vielleicht jetzt arbeitest oder deine Fähigkeiten bringen dir extrem viel Geld, Stabilität. Und die Entscheidung, was nehme ich? Finanzen, Stabilität oder nehme ich meine Passion, meine Erfüllung? Auch in der Liebe könntest du vor einer Abzweigung stehen. Was will ich? Jemand, der vielleicht finanziell sehr gut dasteht, mir Sicherheit bietet, aber irgendwie ist die körperliche Anziehung nicht so prickelnd. Oder du nimmst das andere. Diese Leidenschaft, dieses Feuer, dieses Abenteuer, aber halt ohne finanzielle Sicherheit. Ich sehe hier auch, dass du ein Zeichen bekommst. Achte dich darauf. Du bekommst ein Zeichen oder eine Nachricht. Könnte auch von einer Person sein. Und diese Nachricht wird dir etwas aufzeigen. Könnte auch eine Entschuldigung sein. Aber eben hier haben wir wieder vier der Münzen. Achtung bezüglich Kreise drehen. Gib einfach darauf Acht. Was kommt sonst noch? Skorpion. Bube der Stäbe. Oh, du hast ganz starke Karten hier. Ja, ich glaube, vor allem wenn das Thema Beruf deins ist. Das mit der Passion. Kann auch etwas im spirituellen Bereich sein oder künstlerischen Bereich. Aber das, was sich mehr nach Passion anfühlt, das ist deins. Nicht das andere. Das andere ist das von der Gesellschaft, was erwartet wird. Was die Logik in deinem Kopf sagt, was du tun solltest. Weil du das vielleicht schon kannst, aber es erfüllt dich nicht. Das andere erfüllt dich. Schau, du hast das Schicksalsrat und die Jurepriesterin. Das Schicksalsrat wird dir begegnen, wird dich auffordern, Komfortzone zu verlassen. Du könntest hier auch sogar, wenn Liebe dein Thema ist, deinem Herzensmenschen begegnen. Hier ist eine Seelenverbindung. Aber nur, wenn du über deinen Schatten springst. Könnte ein Feuerzeichen sein, muss aber nicht. Hier muss jemand über seinen Schatten springen und Komfortzone verlassen. Dann kommt hier das Schicksalshafte. Das, was für dich ist. Bube der Stäbe. Ja, Stück für Stück hier wartet ein Neuanfang für dich. Du brauchst aber auch regelmässige Pausen. Ganz wichtig. Kann aber auch sein, dass ich hier wieder jemand melde. Wenn du schon länger mit einem Feuerzeichen keinen Kontakt hattest, könnte sich hier ein Feuerzeichen wieder melden. Ja, schau mal, das ist deine Bestimmung hier. Nein, oh mein Gott. Das Schicksalsrat. Hier haben wir das Schicksalsrat und die Jurepriesterin. Ich habe es, glaube ich, schon bei der Monatslegung gesagt. Ich glaube auch bei der Liebeslegung im August ist komplett dein Monat. Ganz grosse Chancen. Aber denk daran, lieber Skorpion, du entscheidest über dein Leben, nicht die Karten. Chancen kommen, du musst ihn annehmen. Du kannst auch Nein zum Glück sagen. Du kannst Nein zur Liebe sagen. Ganz ehrlich, du denkst vielleicht, ja, wer sagt schon Nein zum Glück? Aber ganz ehrlich, leider machen das ganz viele. Wie oft hast du dir selbst schon gesagt? Ach, ich wusste es. Warum habe ich mich so entschieden? Weil man seiner inneren Stimme nicht vertraut. Weil man aus Angst entscheidet. Aus der Komfortzone her entscheidet. Und ich sehe hier was schicksalshaft. Also Zwillingenergie auch. Du könntest dir wirklich deiner grossen Liebe begegnen, deinem Herzensmenschen. Auf beruflicher Ebene sehe ich hier Chancen für komplette Entfaltung im Bereich von eben Spiritualität. Etwas Schöpferisches, also Kunst, Kreativität, wie zum Beispiel vielleicht Fotografie, Töpfern malen, Schauspielerei, vielleicht auch Buchschreiben. Und die liebenden Zwillingsenergie ist ja Thema Kommunikation, vielleicht Coaching, Lebensberatung. Diesen Bereich sehe ich hier ganz stark. Zeigt sich mir hier. Etwas, wo du dafür brennst. Das ist so ein bisschen dein Weg. Die Frage ist halt einfach, getraust du dich auch diesen Weg zu gehen. Auch in der Liebe wirst du halt gefordert, getraust du dich diese Verbindung anzunehmen. Weil Seelenverbindungen sind immer sehr intensiv. Es gibt auch sehr viele karmische Seelenverbindungen. Und ich habe aber das Gefühl, das ist nichts karmisches. Es ist etwas ganz Schönes, was hier auf dich zukommen könnte. Also dir bringt das Universum etwas ganz Gutes. Denk daran, Zeit ist ja grundsätzlich fliessend. Obwohl wir hier jetzt August legen, kann das natürlich auch sein, dass das erst im September passiert. Und bei einigen vielleicht schon eingetroffen ist. Was ist der Rat? Entscheide dich. Wäge ab. Wie soll dein Leben aussehen? Weil du musst dich entscheiden, früher oder später. Ich sehe hier auch Tendenz zu Selbstsabotage noch. Keine Selbstsabotage. Handle nicht aus Trotz, um vielleicht jemandem etwas auszuwischen. Handle für dich. Weil fünfter Schwert ist manchmal auch so ein bisschen diese Trotzkarte. So ein bisschen, dass das trotzige innere Kind hervorkommt. Dass man vielleicht so entscheidet, um jemandem eins auszuwischen, anstatt so entscheidet, wie es gut für einen selbst ist. Darum ganz wichtig, Selbstsabotage vermeiden. Maske ablegen. Was liegt im Schatten? Skorpion. Oh, Ritter der Kelche. Und Buben der Schwerter. Wasserenergie. Und Luftenergie. Im Schatten liegt etwas Neues. Aber es liegt auch, von der Energie her fühlt sich wie eine Lehrlingsenergie an. Also wie etwas Neues lernen. Neue Schritte gehen. Mehr ins Bewusstsein kommen. Kann sein, dass du in diese Energie eintauchst und dass es dir gar nicht bewusst ist. Oder dass du vielleicht dir auch eine neue Fähigkeit anlernen solltest. Oder mehr in die Reflexion gehen solltest. Mehr ins Jetzt. Wenn du handelst. Handelst du wirklich so nach deinem Glück? Entscheidest du dich nach deinem Glück? Weil viele sagen was, aber machen was anderes. Oder mehr ins Bewusstsein kommen. Kann auch sein, dass du mehr Informationen auch sammeln solltest. Dass hier mehr Wissen zu schöpfen ist, als du denkst. Vor allem im beruflichen Bereich. In der Liebe sehe ich vor allem das Thema Reflexion. Also wirklich reflektieren. Vor allem wenn du einen neuen Weg gehen möchtest. Damit du eben keine Kreise drehst. Geh Schritt vorwärts, überlege. Ist das ein neuer Weg oder bin ich wieder auf dem alten Pfad? Ich sehe hier auch eben Ritter der Kelche. Hier kommt eine neue Liebe. Möchte auf dich zukommen. Vor allem wenn Liebe dein Thema ist. Oder eine berufliche neue Chance. Um Orientierung habe ich das. Neue Orientierung habe ich das Gefühl bei vielen. Einfach eine Chance. Oder du kannst natürlich auch Nein sagen. Ja, mein lieber Skorpion. Danke vielmals fürs Zuhören. Zuschauen. Lass ein Like da. Abonnier meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.